Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplom-Zychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir rund um das Thema Coaching informieren und dabei auch über den Tellerrand hinausschauen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Durchhalten beschäftigen. Durchhalten, ja, hoffen wir, wir halten jetzt hier durch. Also Durchhalten ist ein Thema, was uns beide, glaube ich, sowieso auch sehr persönlich immer wieder beschäftigt, auf einer individuellen Ebene. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was für viele Klientinnen und Klienten ein großes Thema ist. Wir setzen uns Ziele, wir nehmen uns was vor und fragen uns, wie schaffe ich das nur, auch am Ball zu bleiben. Das heißt, wir wollen heute gerne über das Thema am Ball bleiben, sprechen. Wir wollen gemeinsam nachdenken, wie unterstützen wir uns beim Durchhalten. Wir wollen auch auf die Seite der sogenannten Prokrastination schauen und wie gewohnt handfeste Tipps geben. Ein bisschen persönlich ins Gespräch gehen, sodass jeder auch mitdenken kann und was mitnehmen kann. Christopher, ich mag dich mal direkt als erstes ganz persönlich fragen. Wie gelingt es dir denn, selbst gut durchzuhalten? Ja, das ist sehr unterschiedlich bei mir und das kommt so ein bisschen auf die Zielsetzung halt an, um die es geht. Und es gibt ja so, ich sag mal, Tagesziele, einfache Dinge. Da muss das täglich Tagwerk vollbracht werden. Und da rede ich gar nicht mal so sehr vom Coaching, sondern vielmehr von so Verwaltungsaufgaben. Da müssen Briefe geöffnet, gelesen, eingescannt, abgelegt, beantwortet werden, E-Mails kommen rein. Also solche Aufgaben, die du ja auch kennst. Das sind so Aufgaben, gebe ich gerne zu, vor denen ich mich gerne auch schon mal drücke. Aber dann gibt es auch immer wieder Tage, da fällt mir das halt relativ leicht und das beobachte ich dann natürlich auch. Und ich habe mich natürlich auch immer gefragt, warum ist das so? Was liegt daran, dass mir das manchmal leichter fällt und manchmal schwerer fällt? Und dann gibt es natürlich auch diese großen Aufgaben, diese großen Ziele. Dass wir sagen, wir haben jetzt ein größeres Projekt, wo man dann Monate, teilweise Jahre in die Zukunft halt plant. Wo man ja auch von vornherein weiß, das hat man jetzt mit ganz vielen Hunderte, manchmal Tausende von einzelnen Schritten zu tun, um so ein Ziel zu erreichen. Wo man sich sozusagen nochmal eine ganz andere Durchhalte-Mentalität aneignen muss, um das überhaupt halt erreichen zu können. Und ich habe halt auch gelernt, dass Menschen da sehr unterschiedlich sind. Dass es manchen Menschen sehr leicht fällt, sehr lange durchzuhalten und sehr lange auch große Projekte zu verfolgen. Und dass es anderen sehr schwer fällt und die dann halt eher ihre Stärken halt haben an dem Tag oder auch in der Woche, vielleicht noch in dem Monat, aber häufig halt auch nicht darüber hinaus. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Menschen sind unterschiedlich. Für mich war das deswegen immer halt natürlich wichtig, weil du kennst das als Selbstständiger und auch als Unternehmer, fragt man sich natürlich immer, wie kann ich das, was ich tue, so einfach und so effizient wie möglich machen. Weil wir haben halt auch nur ein begrenztes Zeitbudget und das wollen wir ja nicht unnötig verschwenden. Und wenn wir uns jetzt selbst ein Bein stellen, dann sind wir nicht wirklich effizient. Und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann sind wir auch nicht wirklich erfolgreich. Und wie kann man jetzt also effizient erfolgreich sein? Und da glaube ich schon, dass das Thema Durchhalten richtig verstanden und richtig eingesetzt ein ganz wesentliches Schlüsselelement halt darstellt. Ich greife das mal auf, was ich ganz interessant finde. Das ist ja bei dir auch sowohl von der Art und Weise der Zielsetzung schon ein bisschen mitgestaltet wird, kommt bei mir an. Und auch, dass es einen Unterschied in den Aufgaben gibt. Ich mache mal so meine Erfahrung erst mal daneben. Also jetzt oute ich mich sozusagen und mache so eine kleine Analogie und vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch. Ich war immer ein sehr, sehr guter Sprinter. Also ich konnte immer Kurzstrecke gut laufen im Schulsport und auch später. Und ich behaupte, das kann ich heute auch noch gut. Also ich kann mich sehr schnell für Aufgaben begeistern, bin sehr gut sozusagen im Kurzen durchhalten. Also nehmen wir mal sinnbildlich einen 100 Meter Lauf, hervorragend. Wenn ich mir vorstelle, ich muss einen 42,5 Kilometer Lauf machen, hätte ich durchaus Schwierigkeiten neben der Körperlichkeit. Ich versuche das jetzt eher auf Mentales zu übertragen. Und das ist für mich irgendwann mal total eine hilfreiche Erkenntnis gewesen zu wissen, meine Homebase ist wahrscheinlich Kurzfristziele. Meine Homebase ist Kurzfristaktion. Da brauche ich keine Hilfskrücken. Ich brauche und schrägstrich mir helfen, Krücken, um länger durchhalten zu können. Und ich glaube, das rauszufinden für sich ist ein erster wichtiger Schritt. Da gehe ich mal direkt so in Klientensituationen rüber. Und das ist genau das, was ich auch im Coaching sinnvoll finde. Und sagen, was sind eigentlich schon ihre Muster durchzuhalten? Und an welchen Stellen stolpern sie selbst? Und wenn wir das wissen, dann können wir sozusagen an den bestimmten Stellen auch durchaus durch Instrumente, durch unterstützende Coaching-Tools die Wahrscheinlichkeit erhöhen, durchzuhalten. Aber genau wie du sagst, wir sind ja da, also wir beide sowieso, das ist ja Last und Lust in einem, uns sagt ja keiner, halte durch. Als selbstständiger Unternehmer sagt uns das keiner mehr. Das sagt am Ende vielleicht irgendwann mal das Finanzamt oder der freundliche Steuerberater. Oder die Leute von der Bank. Oder die Leute von der Bank. Das heißt, wir mussten ja sozusagen als Teil unserer Selbstständigkeit eine gute Form von Selbstmanagement schlicht und ergreifend lernen, wie ganz viele. Das gilt für viele Berufe, gilt nicht nur für Selbstständige. Aber das halte ich auch für einen ganz wesentlichen Aspekt, dieses Thema durchhalten. Ja, vor allen Dingen, uns sagt ja dann, wie gesagt, tendenziell auch eher jemand etwas, erst wenn es zu spät ist. Und insofern, glaube ich, ist das schon manchmal so eine Besonderheit, wenn man selbst und ständig das halt ist. Und ich habe mich natürlich auch mal gefragt, wie kann man das halt, wie kann man das gut halt hinbekommen? Wie kann man Erfolg halt auch hinbekommen, ohne sich zu sehr zu verausgaben? Wie gesagt, das Thema halt Effizienz. Und ich sprach natürlich jetzt gerade diesen Unterschied an zwischen Tageszielen sozusagen, zwischen einfachen Zielen und zwischen sehr komplexen Zielen und allem, was dazwischen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht an der Stelle, aber so wie ich dich halt ja auch einschätze, und du es ja auch gerade selber gesagt hast, sind natürlich auch Dinge, die man kurzfristig erzielen kann, auch etwas Schönes. Und nicht nur die großen Ziele. Und ich würde sogar sagen, alle großen Ziele basieren ja auf vielen kleinen einzelnen Zielen, die man halt auch erreichen muss. Es geht ja niemand mit einem Schritt oben auf die Spitze vom Berg, sondern das passiert ja auch in vielen kleinen einzelnen Schritten. Und deswegen sage ich auch immer zu mir, auch wenn ich manchmal einfache, stumpfsinnige Arbeiten mache, wenn du deine Basics nicht beherrschst, wenn du die einfachen Sachen nicht machst, dann wirst du auch nie was Großes erreichen. Und gleichzeitig weise ich aber auch, wenn man große Sachen erreichen will, dann braucht man auch eine Portion extra Motivation. Und da geht es mir zum Beispiel so, dass ich mir immer versuche vorzustellen, wie das wohl ist, wenn ich dieses Ergebnis erreicht habe. Das heißt, ihr habt eine ganz einfache Mentalübung. Ich versuche mich ganz tief da rein zu versetzen, wie das ist oder sein könnte, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe oder wenn ein bestimmtes Projekt halt umgesetzt ist. Und versuche mich sozusagen in diesem Ergebnisraum umzuschauen und ziehe für mich aus diesen Beobachtungen, aus diesem Erleben, aus diesem Vorwegnehmen des Erfolgs ganz viel Motivation heraus. Und manchmal, und das ist auch ganz interessant, habe ich dann auch erkannt, ach nee, das ist gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Und vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel. Also habe ich manchmal dadurch, dass ich in diesen Zielraum mental reingegangen bin, für mich festgestellt, ich glaube, ich werde dieses Ziel lieber nicht verfolgen, weil ich habe gar nicht die Motivation, das zu tun, wie ich gerade festgestellt habe. Weil es vielleicht gar nicht das Ziel ist, von dem ich gedacht hätte, dass es so wichtig wäre. Und das heißt, das geht jetzt nicht nur darum, quasi stumpfsinnig sich irgendwas vorzunehmen und das dann beinhart durchzuziehen, sondern durchaus auch in Frage zu stellen, ist es das, was ich will? Und wenn es das ist, dann ist es wunderbar. Und wenn es das nicht ist, dann haben wir jetzt Gott sei Dank noch rechtzeitig die Möglichkeit, es zu korrigieren. Und wenn es halt das ist, dann haben wir halt eine wunderbare Möglichkeit, uns mit dieser extra Motivation Schritt für Schritt darauf hin zu bewegen. Das ist total interessant, dass du das erzählst. Ich mache das tatsächlich ähnlich, also gerade bei, wenn wir wirklich mal längerfristige Ziele, längerfristige Vorhaben nehmen. Und wie gelingt es uns das da, uns erstmal zu motivieren und dann auch wirklich konstant dabei zu bleiben? Hilft mir tatsächlich auch eine Mentaltechnik, genau wie du es gemacht hast. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich in der Arbeit mit Klienten, da wirklich Zielbilder innerlich kommen zu lassen, beschreiben zu lassen, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und auch die Emotionen dazu. Also was genau fühlen sie? Was möchten sie fühlen? Und ist es das tatsächlich? Ist es das, also ich mache manchmal so einen ganz einfachen Dreischritt, ist es das wirklich, wirklich, wirklich? Und dann auch nochmal zu variieren. Ich mache was Ergänzendes. Nochmal kommt es so von der Sprinterlogik. Ich stelle mir vor, wodurch bin ich ablenkbar und wodurch bin ich aus dem Tritt bringbar? Und was konkret tue ich, um mich nicht ablenken zu lassen? Das kann was Kleines sein. Also zum Beispiel gelingt es mir sehr, mich zu fokussieren, wenn ich mir das vorher vornehme. Also wirklich auch Ablenkungen zu reduzieren, das ist auf einer ganz banalen Ebene das Handy, was dann aus dem Raum rausgeschmissen wird. Und dass eben keine Nachrichten reinkommen etc. Und ich habe so für mich ein inneres Bild. Ich bin dann manchmal wie so ein Mönch, so wie ich mir einen Mönch vorstelle übrigens. Ja. Mit Kutte. Und mir geht es eher darum, sozusagen kontemplativ in dem Zustand zu sein. Und dann sozusagen ablenkungsfrei zu arbeiten. Und das Zweite ist, ich habe mal vor Jahren so eine kleine wunderbare Studie gelesen über das Joggen, dass im Schnitt nach sechs Wochen der Haupteinbruch ist. Also wenn Menschen sich sozusagen vornehmen, jetzt fange ich an zu joggen oder eine andere Sportart, ist der größte Knick damit auch das größte Risiko nicht durchzuhalten nach sechs Wochen. Und was mir da hilft, ist tatsächlich jemand Externes. Das kann ein professioneller Coach sein, das kann in dem Fall auch ein Freund, ein Bekannter sein, der sozusagen nochmal liebevoll erinnert, sagt man, na, erinnerst du dich noch? Weil da sind wir sozusagen auch statistisch gesehen am stärksten gefährdet, ein Vorhaben, was wir uns sinnvollerweise vorgenommen haben, nicht durchzuhalten. Das mag bei jedem ein bisschen anders sein, aber das sind so zwei Muster, die mir persönlich auch helfen, die ich eben auch für Klienten dann nutze. Ja, und so jemand, der kann ja nicht nur erinnern, sondern der kann ja auch mitlaufen. Ja, ja, das natürlich. Ja, und da kommt natürlich auch nochmal Verpflichtung und so als zusätzliche Motivation rein. Und dann will man sich vielleicht auch nicht vor dem blamieren. Und manchmal hat man dann ja so gegenseitig das Tief und kann sich da auch gegenseitig halt rausziehen. Also wir müssen nicht alles sozusagen innerpsychisch erledigen, sondern wir können natürlich auch immer schauen, gibt es auch im Außen Aspekte. Und das bringt mich gleich auch zu einem weiteren Punkt, was ich gerne mache, gerade auch bei kurzfristigen Aufgaben, bei einfachen Aufgaben, Aufgaben, wo ich jetzt nicht so eine starke intrinsische Motivation habe, ist, dass ich mir kleine Belohnungen zwischendurch einbaue. Machst du das auch so? Ja, witzig. Also nein. Also gute Idee. Und da zeigt sich wieder, es muss halt zu jemandem passen. Ich kann komischerweise, ich kann das gar nicht erklären. Die, die mich kennen, werden wahrscheinlich sagen, hey, du bist doch so ein Belohnungsaffiner. Aber komischerweise ist das nichts, was mich wirklich sozusagen durchhalten lässt, sondern mir hilft wirklich eher, mir dann sehr klar zu sagen, okay, also tatsächlich auch so den inneren Preußen zu machen, wie ich dann so eine innere Stimme und sagen, okay, und jetzt fokussiere dich. Also wieder der Mönch bei dir. Ja, weil ich sozusagen, glaube ich, eher ein Risiko habe, wenn ich eine kleine Belohnung mir gönne. Oh Gott, das wird jetzt ein Outing. Dass nach der kleinen Belohnung die große Belohnung wartet und dann die noch größere. Ja, ja. Und dann bin ich total raus. Und dann bist du raus. Dann bin ich sozusagen in der Belohnung. Dann halte ich durch, mich zu belohnen. Das ist aber eine andere Form von Durchhalten. Ja. Und das finde ich aber ganz schön, so zwischendurch mal gerade kommentiert, dass wir an sowas ja auch merken, dass wir unterschiedliche Techniken haben, die immer nützlich sein können. Und das Entscheidende ist immer, es muss zu uns selbst passen. Also wenn wir es für uns selbst nutzen, unsere eigene Intuition da auch Raum zu geben. Und wenn wir mit Klienten, mit Führungskräften arbeiten, dann ist wirklich die Frage, was hilft Ihnen am meisten, am Ball zu bleiben. Und da gibt es keine Standardantworten. Und das ist ja schön auch zu wissen, aber es ist mehr mit kleinen Belohnungen. Ich arbeite mit dem inneren Preußen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihren Weg weiterfinden, noch besser durchzuhalten. Ja, wie gesagt, das sind ja auch bei mir nur Kleinigkeiten, dass ich sage, komm, wenn du das jetzt gemacht hast, dann darfst du dir jetzt auch zur Belohnung 5 Minuten eine Nachrichtenseite anschauen. Ja, oder irgendwas, was mich dann halt ablenkt oder wo ich da Lust zu habe. Und das gönne ich mir dann auch. Das heißt, ich mache auch gerne so Kurzpausen. Oder dass ich dann was, eine Kleinigkeit halt esse, wo ich halt sage, hier nochmal einen leckeren Apfel oder sowas. Also jetzt nichts Großes, sondern wirklich dann oder ein Stück halt auch nur. Also so wirklich, würde man sagen, so klassische Konditionierungsmaßnahmen, operantes Konditionierungen, dass ich mich belohne, wenn ich jetzt was geschafft habe. Wenn ich erfolgreich Triebaufschub geleistet habe, dann belohne ich mich dafür. Und dann fällt es mir ein bisschen leichter, und dann mache ich den nächsten Schritt. Und ja, manchmal vergesse ich dann, dann geht mir das auch so wie dir, dann vergesse ich auch manchmal die Belohnung. Dann ist es aber auch nicht schlimm, dann hat sich offensichtlich genügend intrinsische Motivation in mir angesammelt. Das funktioniert auch ganz gut. Und was ich auch gerne halt mache, ist, dass manchmal schon die Tat an und für sich schon die Belohnung darstellt. Vielleicht kennst du das ja auch, dass man, wenn man so eine schwierige, vielleicht auch eine lästige Aufgabe, wenn man es jetzt fertig hat und dann hast du es abgelegt oder du hast es jetzt verschickt oder was immer die Aufgabe jetzt ist. Und bei diesem letzten Mausklick, dass ich den nochmal ganz bewusst wahrnehme und sage uns so, und jetzt mache ich den letzten Schritt von dieser Aufgabe, die ich eigentlich nicht mochte, und dann bin ich fertig. Und das gibt mir dann nochmal so ein positives Gefühl so zum Schluss und dann drücke ich dann nochmal auf die Maustaste und zack weiß ich, ja, das fühlt sich jetzt wie so eine kleine Befreiung halt an, dass nichts groß ist. Und dann kommt wieder natürlich dann auch gleich das nächste, aber das genieße ich so dann zwei, drei Sekunden lang, gar nicht lange. Und das hilft mir dann eben, wie gesagt, gerade wenn es jetzt eine ganze Kette ist von halt Aufgaben, die ich jetzt nicht so gerne mache, dann durchzuhalten. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die großen Sachen, die langen Projekte, die wir ja auch kennen. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich viel beim Schreiben gelernt. Ja, das ist ja eine stark individuelle Aufgabe, wo du sehr, sehr konzentriert lange durchhalten musst. Genau, was können wir davon lernen? Es braucht einfach eine manchmal erzwungene und manchmal eine vorgeheuchelte Form von Disziplin. Jetzt genau. Jetzt erzähle ich mal was aus meinem Nähkästchen. Was zur Hölle ist vorgeheuchelte Disziplin? So was will ich auch haben. Ja, also das ist vorgeheuchelt vor mir selbst. Das mache ich mit niemandem anderen. Das mache ich mit mir selbst halt aus, dass ich sage, ich habe eine bestimmte Leistung, die ich in der Woche erbringen muss. Ich muss so und so viele Seiten schreiben, zum Beispiel für ein Buch oder für einen Beitrag. Und jetzt habe ich halt eine Sache gelernt, wie ich das gelernt habe, erzähle ich gleich. Man muss da regelmäßig ran. Man muss da mit einer gewissen... Also ich muss zumindest regelmäßig da ran. Das trifft wahrscheinlich nicht auf alle Menschen zu, aber bei mir funktioniert das ganz gut. Das heißt, ich sage einmal am Tag, öffne ich diese Datei und dann wird geschrieben. Und es gibt nicht einen Tag, wo ich diese Datei nicht aufmache. Und manchmal schreibe ich einen Satz, manchmal schreibe ich einen Absatz, manchmal schreibe ich eine Seite. Da bin ich natürlich ganz glücklich, wenn ich dann weitergekommen bin. Und manchmal mache ich die Datei nur auf und füge ein Wort dazu. Oder mache sogar nur einen Punkt am Ende hin oder mache ihn weg. Aber ich mache jeden Tag diese Datei halt auf. Es ist eine Routine. Und ich weiß, ich tue es sowieso. Und ich zwinge mich nicht dazu, jetzt aber immer eine Seite zu schreiben, weil das würde bei mir zumindest nicht funktionieren. Und dadurch, dass ich halt weiß, es kommt jeden Tag halt vor, fällt es mir viel leichter, diese Datei aufzumachen und nicht in diesen Zustand zu kommen, den wir ja auch noch besprechen wollen, nämlich diese sogenannte Aufschieberitis oder Neudeutsch Prokastination, dass ich sage, ja, aber morgen mache ich die Datei auf und dann werde ich weiterschreiben. Nein, das mache ich dann jeden Tag. Manchmal mit sehr wenig und manchmal mit sehr viel Input sozusagen. Aber diese Regelmäßigkeit und diese vorgeheuchelte Disziplin, weil manchmal mache ich ja auch gar nicht viel, das hilft mir einfach, diese Routine zu entwickeln. Ich finde das total schön, was du sagst und auch wirklich hilfreich. Also diese kleinen Routinen und vielleicht das nochmal so, bevor wir gleich wirklich in diesen Punkt Aufschieberitis kommen. Also das machen wir später. Ja, viel später. Der Brüller. Also die beste Form von Durchhalten ist ja eine, die wir gar nicht unbedingt merken. Deshalb votiere ich auch immer sehr für Routinen. Also Dinge, die wir tun, ohne irgendwann nachdenken zu müssen, fast im Sinne in so einem autonomen inneren Fahren. Also was du gerade an dem Beispiel gesagt hast. Jeden Tag mache ich eine bestimmte Handlung und denke irgendwann nicht mehr darüber nach. Für mich so dieses analoge Beispiel, was ich auch gerne im Coaching so als kleines Entree nutze. Können Sie sich erinnern, viele, die kleine Kinder haben, bringen mal einem Kleinkind das Zähneputzen bei. So wir beide wissen, wie als Väter, wie anspruchsvoll das ist. Und irgendwann bist du in so einer Situation morgens und zack, du machst das ritualisiert, denkst nicht mehr über die Handlung selbst nach oder über eine Handlungsabsicht. Und das heißt, wenn wir wichtige Vorhaben vor uns haben, frage ich Klienten, Klientinnen immer ganz bewusst, wie ist es, wo können sie Dinge automatisieren, ritualisieren, standardisieren. Und wenn es ist, jeden Montag um acht mache ich Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwann schleift sich eine Routine ein. Alles, was automatisch läuft, da brauchen wir nicht so viel kognitive Energie, nicht so viel Aufmerksamkeit zur Steuerung. Das sind so die kleinen Brücken, die uns dann vielleicht auch helfen mögen. Ich husch mal direkt so in das Thema Prokrastination rein, was vielleicht einmal so, dass wir den Begriff einmal kurz verdeutlichen und dann auch sagen, wann erkenne ich vielleicht auch, dass ich möglicherweise nicht nur ein schwaches Durchhalten habe, sondern vielleicht das Thema ein bisschen größer ist. Also der Satz dazu wäre, also was du heute kannst verschieben, das lass ruhig bis morgen liegen, pro krastinare aufschieben, vertagen, was das schon benannt, pro, wenn wir die lateinische Ursprungsformulierung nehmen, für krastinum morgen, also für morgen etwas zu tun. Und wenn wir einmal, ich gehe mal so ganz definitorisch ganz kurz rein, eine intendierte Haltung, die notwendig und von persönlicher Bedeutung ist, wird aufgeschoben, obwohl uns bewusst ist, dass genau dies negative Konsequenzen hat. Und das wäre sozusagen in Kurzform auch die Definition von Prokrastination. Vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe einen Sinnspruch, mit der ich meine Frau immer in den Wahnsinn treibe. Das ist sozusagen gegen die Kontrastination. Also Kontra, würde man so sagen. Ich sage dann immer, wenn ich so Tendenzen feststelle, inzwischen uns Dinge auf morgen zu verschieben, manjana, manjana, dann sage ich immer, gleichgetan heißt Zeit gespart. Und wenn ich diesen Satz auch nur anfange zu sprechen, dann kriege ich auch meistens schon eine mittlerweile nur noch nonverbale Gegenreaktion dazu zurück. Das war als kleine Anekdote. Das ist also nicht nur morgen, sondern auch gleichgetan. Es gibt ja sozusagen der natürliche Gegner der Prokrastination. Wir machen es sofort. Weckt nicht immer nur Begeisterung beim Partner oder der Partnerin. Und das Schöne ist, also fast schon so im Umgang damit, also auch so ein bisschen mit dem Schmunzeln umzugehen. Also jetzt haben wir die Definition und wie das bei allen Ebenen so ist, bei allen psychischen Belangen. Es gibt die in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt die Ausprägung, die wir, glaube ich, alle kennen. Und es gibt eben auch die Ausprägung, die man durchaus auch als ernsthaft und vielleicht auch ansatzweise als Krankheitswert beschreiben kann. Und wir bleiben mal bei eher der kleineren Ausprägung. Da helfen genau diese Elemente, die du gerade auch beschrieben hast. Auch im Grunde das, was wir schon hatten. Je länger ich nachdenke, je mehr wird der Wunsch groß, es nicht zu tun. Es gibt so einen Begriff, den ich noch reinbringen mag. Self-Handicapping. Also sich selbst sozusagen ein Bein zu stellen. Und die Frage ist eben, was kann dagegen helfen? Was kann man dagegen setzen? Das sind einmal die kleinen Dinge. Und wenn wir gucken, wo gibt es auch Gründe für Prokrastination, dann kann ein Teil motivationale Faktoren sein. Das heißt, all die Dinge, die uns nochmal in einen Zustand bringen, uns bewusst zu machen, will ich das tatsächlich? Also gibt es ein Ziel hinter dem Ziel? Gibt es ein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis, was ich dadurch befriedige? Oder ist es vielleicht ein Indikator, dass es eigentlich auf gut Deutsch eine Scheißidee ist, der ich da folge? Irgendwelche Ziele, die von außen von anderen gesetzt werden. Das zweite ist wirklich das Thema, situative Faktoren zu nutzen. Also erkenne ich vielleicht ein Muster, wo ich leichter prokrastiniere? Und der dritte Bereich wäre das Thema Persönlichkeit. Wie kann ich mich selbst auch so steuern? Einige zum Beispiel prokrastinieren, so aus meiner Erfahrung, auch aus Klientengesprächen, morgens deutlich weniger als nachmittags. Und dann kann natürlich eine Selbsterkenntnis hilfreich sein und die Aufgaben, die mir vielleicht nicht so zugänglich sind, dann eben in die Zeit legen, die ja vielleicht für mich passen. Und um den Bereich, wir haben ja einen Podcast auch gemacht, Grenze zu psychischen Störungen. Und da kann natürlich auch ein Teil sein, jemand, der beispielsweise die Gestörtheit, Depressivität, Depression hat, der wird noch stärker in Prokrastination gehen. Und da ist für uns natürlich gerade in der professionellen Arbeit auch wichtig, ist es etwas, ist es ein Bereich, den wir auch mit Coachinghaltung, Coachingtechniken noch gut variieren können. Und letzter Gedanke gerade, ganz bewusst dazu, so etwas Selbstschmunzliges zu entwickeln, finde ich ganz wunderbar. Ja, also auch so ein bisschen so über sich die Situation zu schmunzeln. Ach, guck mal, da habe ich es ein bisschen verschoben, weil wenn wir sozusagen dann zu streng werden, dann pushen wir fast die Aufschieberitis noch stärker. Ja, sozusagen, ach, guck mal, ein bisschen verschieben und wie kann ich mich selbst sozusagen liebevoll umarmen, wie ich das ganz, ganz gerne auch sage, mit so einem kleinen Schmunzeln, weil wenn wir dann als Coaches zum Beispiel streng werden würden, ja, dieser Satz, den wir hoffentlich alle nicht sagen, aber wahrscheinlich alle aus der Kindheit kennen, jetzt stell dich mal nicht so an, der würde alles schlimmer machen, sondern hey, wir sind ganz gut dabei, ein bisschen Dinge zu verschieben und was kann ein angenehmes Maß sein, dass sie sozusagen nicht zu verkrampft sind und trotzdem ihre Ziele erreichen. Das wäre zum Beispiel so eine kleine Brückenformulierung, die ich anbiete. Ja, absolut. Gut, also viele Menschen kasteilen sich dann ja selbst, strafen sich dann selbst, wenn sie jetzt merken, ich habe mein Ziel nicht erreicht und ich habe es jetzt wieder auf dem Ohr und dann geht so ein inneres Anklagen los. Ja, und viele hoffen dann, wenn sie dann den Druck erhöhen, dass dann sozusagen irgendwann genügend Motivation aufgebaut wurde, aber das wird ja alles immer negativer. Das Selbstbild wird immer negativer, der Druck des Aufschiebens wird letzten Endes immer negativer konnotiert, also damit verbunden. Also ich rate immer davon ab, diese Abwertungsspirale mit sich selbst immer tiefer zu gehen und da immer tiefer reinzugehen, weil letzten Endes wird man davon nicht motivierter, seine Ziele zu erreichen. Es gibt ja eine ganz interessante Beobachtung in dem Zusammenhang. Da hat mich mal eine Kommilitonin vor vielen, vielen Jahren draufgebracht, die sagte zu mir, dass die Studentenbuden immer besonders sauber sind in den Prüfungszeiten. Herrlich, ja. Weil die dann lieber alles Mögliche tun, die Studierenden, nur nicht sich auf die Prüfung vorbereiten. Da wird dann geputzt und sauber gemacht, da werden Sachen auf einmal gemacht. Da denkt man gar nicht dran. Und wie viel Energie da auf einmal frei wird für andere Dinge, solange man sich nicht auf die Prüfung vorbereiten muss. Das heißt, auch das kann ja ein Trick sein, dass ich sozusagen eine andere Handlung, mich für eine andere Handlung motiviere, nehme ich an eine größere Denke, auf die ich jetzt gar keine Lust habe, zum Beispiel so fremdbestimmt mich in eine Prüfungssituation halt zu begeben, wo es dann wieder darum geht, klar, will ich das wirklich? Aber es ist, ich teile die Beobachtung, finde ich schön. Ich habe gerade gedacht, vielleicht so können wir noch ganz kurz an einen Minipunkt abbiegen, ganz bewusst zum Ende nochmal so auf eine andere Seite zu gucken, wie schützen wir uns eigentlich vor dem anderen Extrem, starrsinnig zu werden. Ja. Haben wir da noch eine Anregung? Ich denke, das ist ja auch die böse Seite sozusagen des Durchhaltens, wenn man auch noch in Anführungsstrichen durchhält, wenn es gar nichts mehr zu erreichen gibt. Ja. Oder wenn eine Sache im Grunde genommen sich zum Gegenteil schon verdreht hat. Das, glaube ich, haben wir alle schon mal selbstverständlich nur bei anderen Menschen beobachtet, nie bei uns selbst, immer nur bei anderen. Und da, glaube ich, da brauchst du auch häufig einfach eine Außenperspektive, wo man wirklich dann ein Korrektiv hat, wo man einen guten Freund hat, wo man einen guten Partner, eine Partnerin hat, wo man vielleicht auch manchmal einen Coach halt hat, der einem da eine Rückmeldung gibt, dass man sagt, es lohnt sich vielleicht nicht mehr. Es ist vielleicht auch zu spät, da gibt es jetzt vielleicht nur noch selbst, noch mehr Selbstanklage zu entdecken, und da wird man vielleicht auch das Ziel gar nicht mehr erreichen können. Das heißt, auch da so eine Feedback-Schleife, die kann innen liegen, aber wie gerade skizziert, kann die halt auch im Außen liegen, nochmal zu fahren und sich zu überlegen, will ich dieses Ziel überhaupt noch erreichen? Und wenn ich es erreichen sollte, ist es dann wirklich das, was ich wollte? Und kann ich dieses Ziel auch realistisch gesehen mit den Ressourcen, so wie ich gerade bin, in meiner Lebenssituation, kann ich das erreichen? Oder macht es mehr Sinn, tatsächlich jetzt hier einen Strich zu ziehen? Nicht vorschnell, aber nach einer guten Reflexion einen Strich zu ziehen und zu sagen, nein, ich lasse das sein, ich komme zu einer neuen Bewertung dieser Situation und werde das so in dieser Form nicht fortsetzen. Nicht, weil ich es auch verschieben will, sondern weil ich es abbreche. Und zwar dann gegebenenfalls auch endgültig. Und ich selber habe natürlich auch entsprechende Erfahrungen gemacht, sicherlich ja auch, dass man immer wieder an so einen Punkt kommt und da will ich auch gerne noch zum Abschluss noch ein bisschen was Biografisches erzählen. Ich erinnere mich jetzt großem Schrecken daran, wie auch meine Studentenbude leider nicht sauberer wurde in der Phase, wo ich meine Diplomarbeit damals schreiben sollte und wollte auch. Und ich dann aber auch gemerkt habe, ich schiebe das so von einem Tag auch von dem anderen zu mir her und ich habe dann ganz viel gelesen und dachte, ja, das Buch musst du noch lesen und das musst du jetzt auch noch lesen und dann am nächsten Tag geht das dann los, bis ich dann quasi auch schon fast an einem Punkt der kleinen Verzweiflung gekommen bin, dass ich immer noch nicht losgelegt hatte und mir dann ganz bewusst gesagt habe, nein, ich will das wirklich. Also da habe ich mich wirklich innerlich geprüft, da gab es natürlich auch Zweifel. Ich glaube, das gehört zu jedem großen Ziel gehören Zweifel mit dazu und mich dann aber auch hingesetzt habe und dann das gemacht habe, was ich vorhin beschrieben habe, jeden Tag die Datei geöffnet und manchmal ist es mir gelungen, diese Datei schreibend, muss man dazu sagen, dann auch 16 Stunden lang zu öffnen. Manchmal ist es mir nur für wenige Minuten, um nicht zu sagen Sekunden, geglückt, aber ich habe es dann jeden Tag halt auch gemacht und daraus dann auch gelernt, ja, mit einer gewissen Grunddisziplin und wenn man dann merkt, okay, wenn man das regelmäßig macht, es wird dann leichter, in dieses Szenario reinzugehen. Es wird viel leichter, diese Datei zu öffnen. Es wird viel leichter, diese Aufgabe mit Routine, wie du es ja auch schon gesagt hast, anzugehen und dann Schritt für Schritt kleine Erfolge feiern. Das habe ich natürlich alles miteinander kombiniert, wenn ich einen Absatz geschrieben hatte oder auch nur manchmal einen Satz, der schwierig war oder eine entsprechend schwierige Quelle dann auch ausfindig gemacht habe, also eine schwer zu recherchierende Quelle, dass ich mich dann halt auch wieder so mit kleinen Belohnungen über Wasser gehalten habe und dass ich auch das gemacht habe, was ich auch vorhin sagte, nämlich immer wieder darüber nachzudenken, wie schön das ist, dann eines Tages diese Datei zu schließen und zu wissen, jetzt habe ich es fertig. Und das hat mich dann halt auch, das hat Monate gedauert, damals die Arbeit zu schreiben, hat sehr lange gedauert und das hat mich damals dann halt auch dahin gebracht, genau diese Disziplin, die ich da noch nicht hatte, wirklich zu entwickeln. Also das kann man aufbauen. Man kann bis zu einem gewissen Grad Disziplin lernen. Man kann durchhalten lernen. Das soll auch die gute Nachricht sein an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also selbst wenn sie da jetzt noch nicht so sind, sie können das kultivieren, sie können das entwickeln, sie können mit kleinen Tricks und Kniffen, wie wir sie versucht haben heute zu beschreiben, sie selbst weiterbringen und damit manchmal Ziele erreichen, die sie vielleicht sonst nicht erreicht hätten. Und wenn man das schafft, dann sieht man auch, wo die große Stärke im Durchhalten halt liegt und gleichzeitig, wie gesagt, natürlich auch zu erkennen, wenn es sich vielleicht auch nicht mehr lohnt, ein Ziel zu verfolgen. Das heißt dann wirklich auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, will ich das, will ich das oder will das jemand anderes und ist dieser jemand anders wirklich so wichtig, dass ich es dann trotzdem tue. Und ja, falls das beides nicht der Fall ist, also wenn man es selbst nicht will und man auch niemanden anderen findet für den, das dann wirklich so relevant noch ist, dann vielleicht auch so konsequent zu sein und nicht stumpf durchzuhalten, sondern zu sagen, nein, dann wende ich meine Kraft und meine Energie und mein Durchhaltevermögen vielleicht lieber auf für eine andere Sache, die es mehr wert ist. Und auch das kann eine wunderbare Entscheidung sein. Ja, wir hoffen, dass auch die Folge Ihnen ein bisschen was gebracht hat, dass es Sie ermutigt hat, durchzuhalten. Und ich musste vorhin schmunzeln, das Schmunzeln sei mir jetzt am Ende nochmal gegönnt. Ich glaube, jetzt ist Zeit für ein Stück Apfel als Belohnung. Ich werde vermutlich einen warmen Tee trinken und dabei einen Cookie essen. Ja, der Apfel ist heute aus, heute gibt es Nüsse, aber auch das ist eine kleine Belohnung. Aber nicht übertreiben, weil ansonsten kriegt man natürlich dann irgendwann ein Problem auf der Waage. Das wollen wir dann natürlich auch nicht hier produzieren. Das machen wir dann mal zum anderen Zeitpunkt, zum Thema. Also, allen höheren Hörern, danke fürs Zuhören, gute Zeit, Gutes durchhalten und gerne bis zum nächsten Mal. Genau, wir sagen wieder Tschüss und auf Wiederhören und bis dahin bleiben Sie gesund und abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Tschüss. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören. Sie sehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020